Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Lerneinheit 5, regionale und saisonale Erzeugnisse. Im ersten Teil haben wir uns ja bereits mit Transporten im Lebensmittelbereich beschäftigt. Im zweiten Teil geht es nun um Argumente für einen regionalen und einen saisonalen Einkauf. Die Lernziele orientieren sich an den Argumenten, die für diesen Grundsatz sprechen. Die Gliederung dieser Einheit orientiert sich an den fünf Dimensionen einer nachhaltigen Ernährung. Als erstes gehe ich auf ökologische Aspekte einer regionalen und saisonalen Lebensmittelauswahl ein. Danach komme ich zu ökonomischen Aspekten sowie zum gesellschaftlichen Mehrwert, den diese Erzeugnisse bieten. Es gibt außerdem diverse Gesundheitsvorteile von regionalen und saisonalen Produkten und auch der kulturelle Hintergrund wird vorgestellt. Als letzten Punkt werden noch Regionalzeichen und Saisonkalender vorgestellt. Kernaussagen Erstens, eine regionale und saisonale Lebensmittelauswahl reduziert den Ausstoß von Treibhausgasen. Zweitens, regionaler und saisonaler Konsum unterstützt kleinbäuerliche Landwirtschaft und ist seinen Preis wert. Zweitens, das Vertrauen gegenüber den Landwirten und die Wertschätzung der Produkte werden gestärkt. Viertens, regionale und saisonale Lebensmittel können Gesundheitsvorteile haben. Fünftens, die Erhaltung der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft wird durch eine regionale Wirtschaft gefördert. Sechstens, es gibt viele Regionalzeichen und Saisonkalender. Zweitens, die Erhaltung der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft wird durch eine regionale Wirtschaft gefördert. Zweitens, die Erhaltung der bäuerlich geprägt wird durch eine regionale Wirtschaft gefördert. Zweitens, die Erhaltung der bäuerlich geprägt wird durch eine regionale Wirtschaft gefördert.